Du willst studieren und brennst für Mode und Design? Mit einem Studium an der AMD stehen dir alle Karrierewege in der Design- und Fashionbranche offen. Bist du vom Typ Gestalterin, lieber Managerin oder Journalistin? Komm wie du bist und studiere ganz nach deinem Design. Die AMD ist dein Great Place to Grow. Egal ob du eher strukturiert bist oder ein Freigeist, hier brennen alle für dieselben Themen. Leidenschaft kann man nicht pauken, man muss es fühlen. Perfektioniere dein Handwerk. Arbeite nach deinem Studium bei bekannten Fashionbrands und Designagenturen. Zeige bei namhaften Magazinen, was du drauf hast. Es ist Zeit, dich zu verwirklichen. Und die Theorie lernst du ganz nebenbei. Connecte dich mit Dozierenden aus der Branche. Wachse über dich hinaus durch praxisnahe Projekte mit namhaften Unternehmen. Für deine Zukunft. Bewirb dich jetzt an der AMD Akademie Mode und Design. Die Vielen Dank.